Halli Hallöcher meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Metro Redux so ich habe keine Ahnung wo wo wir überhaupt hin müssen ich höre jetzt auch kein schießen mehr und man sieht hier auch halt überhaupt gar kein oh da kommt dieses Viech hau bloß ab du hässlichen ja ich sehe hier keine von wo also ich glaube ich muss doch irgendwie hier rüber hier vielleicht hier zu dem Kollege und dann hier rüber sieh mal einer an das sieht doch gut aus und das sieht nicht so gut aus da bleibe ich lieber hier unten stehen oder kann ich den mit einem Doppelschuss den Garaus machen ich habe keine Ahnung er hat ja eigentlich abgespeichert aber eigentlich kann ich auch lieber hier hin sehr gut ach da fehlen Dinger oder wie ich hab hier das mit den Gasmasken nicht oh da war wieder der Buhmann Buhmann ich habe dich gesehen ist jetzt dieses Viech wieder abgehoben ja ist wieder weg sehr gut da war der Ballert hier schon wieder irgendwo rum oh da ist es wieder flieg bloß weiter du oh da unten ist noch was oh er hier der lässt mich da nicht runter oder naja ich gehe einfach mal aber ich weiß nicht wohin Leute ich weiß nicht wohin ich soll soll ich hier runter wo ist es denn oh schon wieder Filterzeit sehr gut hier ist aber ein bisschen Verseuchung am Happenen aha ich höre Schüsse aber komm ich hier hoch nein ich spring lieber wieder ins Wasser ins verseuchte na warum muss ich lang ich weiß nicht wo ich lang muss hier lang kann ich den nicht mal wegballern ne offensichtlich macht er mir nix mäkelt hier nur ein bisschen rum hoch was überall wuselt es und fliegt und überall sind hier Viecher am am rumrennen wo ist denn der na toll wieder in einen geschlossenen Raum rein hier geht Babys ekelhaft oh oh sehr viel sehr vielen Dank hier ist nochmal einer Filter hier geht es nicht weiter ach Leute Moment zeigt er irgendwo hin oh ne auch nicht doch die schon wieder hä was ist das andere okay ich sollte Einzelschuss machen ein Dualschuss ist immer schwierig toll also hier geht es nur lang oder wie komm ich hier wieder nein ich komm hier auch nicht raus ah was ist das hier geht es nicht weiter nö oh da war noch was wo liegt da noch mehr Munition oh einfach mal Munition übersehen ja huch da fehlt irgendwie bisschen Textur ach man wo geht das denn weiter ja war da drüben gerade was hier ist gleiche wie da ne ja was sagt die Uhr die Uhr sagt 18 Sekunden bis zum Filtertausch komm ich hier rein oh Munition oh sehr gut der schießt hier schon wieder rum aber ich komm hier doch gar nicht rein oder ja Filtertauschzeit so wieder vier Minuten ich komm hier nicht rein da hab ich schon leer gemacht ne ja da fliegt dieses Viech rum hier oben geht es noch nicht weiter oder oh doch ach hier steht dry ah oh Bombe oder so ah ja ach die kann man mitnehmen oh hey oh oh wer spült hier hier gibt es ein Klo nicht euer Ernst oh oh hier gibt es Schrotflinten Fallen okay sind hier wer sind hier Leute hallo also irgendjemand ist hier kräftig am Kacken aber ich glaube in so einer Situation würde ich mich auch einscheißen und alle zwei Minuten spülen oh was haben wir hier ich hab die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Machen zur Messestadt umgegangen die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid viel Glück okay ich hab keine Ahnung wer das war gibt es ja keine Munition mehr ich brauch noch mehr Munition ach und dann kommt Musik okay wenn man nochmal drauf drückt was ist denn hier da rennt doch jemand in dem Haus hier rum was ist denn jetzt schon wieder ach Taschenlampe na gut ah ich hasse Horrorspiele okay ähm hier nein hier ne oh keine Falle mehr gewesen gut also hier wird es dann trocken irgendwann kann man hier schon rein nö okay ist cool dass die Musik hier bis nach unten zu hören ist ich guck trotzdem mal hier eher nach oh naja der hat es auch hinter sich dankeschön oh ich hab keine Munition ah ich hab keinen Platz mehr für Munition für die andere natürlich kann ich die irgendwie loswerden hier oh was ist das ist das abputzen oh cool okay hier ist ein bisschen verseucht ich brauch wieder eine andere Waffe ich kann auch die hier nicht droppen oder so ich kann die wahrscheinlich nur tauschen wenn ich dann mal eine andere find i Unkraut geil dass die Musik hier noch äh spielt hallo sie da sie werden angefressen oh nö ich kann keine Munition mehr aufnehmen ich hab echt die falsche Waffe verdammt komm ich von da ne doch doch ich komm von da oh man geht's hier rein nein hier geht's rein hier sind überall diese komischen Zecken da ist nix mehr oh man ich brauch ne Waffe Schrot sehr gut oh ich hab auch hier die falsche oh Filter und Mun aber keine keine gescheite Waffe das hier ist Ekelwasser oder okay hier geht's sowieso das hey was bringt das hier geht's gar nicht weiter das ist eigentlich ist das nicht so gut wenn hier die ganze Zeit der Geiger Sailor so anspringt naja so ist hier was nö hier hinten irgendwie irgendwas nein Mapbegrenzung so könnte mein Kollege mal wieder schießen ah Hilfe wo kommt der denn her verdammt wo ist er hin blöder ach da ist er ja ja hallo keine Munition nein hey wo ist er ach hier ey warte mal da gibt's bestimmt noch Munition oh ja sehr gut und hier nein keine Kugeln mehr ah man da ist der Mistkerl wer denn der da jetzt ist er da wohin denn oh nein oh nein ouch help mir oh leute wo hab ich denn die meiste Munition oh nein was denn noch alles oh mein Gott ouch mich tot ne offensichtlich nicht oh nein der hat mich schon wieder okay boah hör doch auf krieg hier ein Herz Kasper als wir in den Untergrund gingen erschreckte es mich dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war aber hallo ich hatte mich hier sicher gefühlt in der Dunkelheit der Metro umso mehr als Böben behauptete er hätte in der trockenen Station Freunde oh Mann oh Mann wir müssen leise sein und uns umsehen wenn wir meine Freunde nicht sehen müssen wir weg okay ii spinnen wir eben ich erinnere mich an dieses Gitter wir müssen nur was wer will wenn wir ihn rösten scheiße da passe ich nie durch na gut du bleibst hier wie jetzt ich dachte er passt nicht durch naja also da passt er ja wohl durch und ich oh wer bist du hey ich brauche Licht oh 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 wen haben wir denn hier es ist Böben der Geldmacher und wer labert da bring mich zu deinem Boss ich habe etwas mit ihm zu besprechen der Boss aber natürlich der Boss soll es also sein wo solltest du es anziehen wollen okay das reicht sonst müssen wir ihn mitschleifen oh die haben den geboxt ah toller Plan okay das sind also alles oh oh hier gibt es nichts als verraten na gut dann gehen wir und riesige hässliche Spinnen oh wir haben eine AK oh wie geil und sehr viel AK-Amonie und Knarre mit Schalldämpfer sehr gut die hier will ich gerne gegen die AK tauschen ja sehr leise man hört schon da hat er auch noch eine andere ach so nee das ist dieses Ding und dann lieber die Schrotflinte okay also jetzt haben wir Schall gedämpft AK und Schrotflinte ja und jetzt ich hab keine Ahnung kann ich den hier wegniezen ah sehr gut so hoch kann ich den hier wie jetzt Alarm oh Mist hey ist da einer oh 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 hinter mir ja toll jetzt ist es auch egal jetzt ist es auch egal okay die brauchen ganz schön lang bis die mal sterben da kommt noch mal einer ums Eck komm zeig dich ja komm schon komm schon er rennt wieder weg er rennt wieder weg okay okay na toll jetzt hab ich die Waffe weggetan jetzt krieg ich hier Kugellager Kugeln so mal sehen hab ich jetzt nur die Lampe ausgeschossen oder den Kerl auch okay hey woran ist der jetzt gestorben waren er Querschläge oder was hä also manchmal kapier ich das nicht bin ich hier richtig soll ich hier hin oh wie was Hilfe was ist das ach ein Loch im Boden hier kocht eine leckere Bohnensuppe oh ein Bohneneintopf ja wunderbar so dann würde ich sagen ich stehe mich mal hier heimlich ins Eck neben diesen Dunsch der hier überall rum schwebt und dann machen wir hier eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder wenn es wieder ist time to play hier bei Metro Redux bis dahin macht's mir gut tschüss 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 tschüss